gute peoples und leute hier also hier wieder mal hier frage für die menschheit hier wie ihr alle wisst ihr sollst ja da oben auf dem marsball losgehen hier bevölkern und so weiter und dann hier muss man sich mal vorstellen 200 300 jahr späte kommen da hier andere generationen hier wieder auf die er zurück und dann habe die frage hier wie zum beispiel jetzt sollte man mit einer bis sie dumm zeugt babbeln das auch immer immer der ist doch nicht mehr ganz sauber jeder ist dann mehr ganz sauber der typie so wieso heißen das wenn alle dummes zeug redet oder akad umzeugt das müssen wir mal klären damit wir den aliens vielleicht kommen wir da mal zurück denen das erklären können wir können einfach sagen der typ ist nicht mehr ganz sauber weil es halt so ist der ist nicht mehr ganz sauber da brauchen wir eine erklärung dafür wieso das so heißt und da bist du gefragt du kannst das da ohne mal in die kommentaren reinschreiben warum das so heißt das ist nicht mehr ganz sauber ist wieso sagen wir hier auf der erd wenn einer bis sie blöd zeug babbeln das ist nicht mehr ganz sauber das müssen wir den leuten den aliens erklären wenn da einer ist nicht mehr klären und das messt du hier unten in die kommentaren wo du bock hast machst du da hoch willst du achten menschheit und hier du kannst aber kostenlose abo machen da hast du hier immer paar frage und so weiter also hier kostenlose abo für für das youtube zeug hier also keine zeitung kostet keine kohle für dich hast du ab und zu mal ein paar fragen ein paar videos kannst du ein bisschen mitmachen tschau hier dankeschön und tschau let's go